Du fährst Tesla Model 3 oder Model Y, dann gut aufgepasst. Heute stellen wir dir ein wirklich schönes Rad vor, nämlich Edelweiss LT3 in 21 Zoll. Und jetzt haltet euch fest, das passt für Model 3 und Model Y. Mein Name ist André von eFieber und ich bin nicht alleine heute hier. Neben mir steht nämlich Markus von Reifenrewer. Ich grüße dich, Markus. Wie geht's dir? Alles gut soweit? Immer gut, wenn du da bist. Ja, klar. Markus, heute eine absolute Sensation, was wir der Community heute zeigen. Nämlich, ihr musstet ein bisschen drauf warten, muss man fairerweise sagen. Aber jetzt ist es endlich soweit. Die neue Felge von Edelweiss in 21 Zoll. Wir werden sie wirklich uns im Detail mal anschauen. Wir werden uns die Dimensionen anschauen. Und ich gebe euch natürlich auch Eindrücke, wie diese Felge vom Design her einfach wirkt. Ultra konkav und so weiter. Also, nach dem Intro geht's los. Wir kennen Edelweiss, die Marke mit ihrem wirklich sexy Design, schon von den Model 3-Felgen mit der LT5. Jetzt ist es wirklich soweit, dass wir mit 21 Zoll zum Programm kommen. Nämlich mit der Edelweiss LT3. Dieses brachiale Teil, muss ich echt so sagen, ist enorm groß. 21 Zoll, aber auch enorm leicht. Jawohl. War Markus? Das muss man echt so sagen. Wir sind hier mit einem Gewicht am Start zwischen 10 und 11 Kilogramm. Das ist sensationell. Das ist ein Wort in der ganzen Szene, muss man eigentlich so sagen. Und gerade als Elektroautofahrer, wenn dir doch ein bisschen wichtig ist, wie weit du kommst, macht es Sinn, darauf zu achten. Wie schwer ist eure Felge? Denn ihr wisst, wie das ist mit der Drehkraft und so. Das kann Daniel vielleicht hinter der Kamera später noch besser erklären. Das muss erstmal in Wallung kommen. Wenn das Rad leicht ist, geht das natürlich viel leichter, als wenn du so einen schweren Koffer hast, um erstmal den Hebel zu kriegen. Von daher wirklich sensationell. Designgeil, gewichtgeil. Konkav. Konkav ist es auch noch. Blende ich euch gerade ein. Und jetzt kommt ja der Ultrakracher. Wir haben zwei Dimensionen. 9,5 Zoll. Jawohl. Und einmal noch 10,5. Das heißt, wir haben ja die Option, den Spielraum einfach zu sagen, okay, man kann die entweder 9,5 Runde rumfahren. Mit welcher Reifendimension dann ungefähr, Markus? Du kannst Serie fahren, also 255, 35, 21. Ja. Und kannst auch 265 machen, würde ich aber gar nicht machen. Und die zweite Dimension sind ja wirklich 10,5 hinten. Richtig fetten Schlappen auf die Hinterachse. Es ist einfach sensationell. Und die Krönung, was wir jetzt wirklich auch festgestellt haben. Und es ist ja auch zertifiziert, wir können es nicht nur für das Model Y fahren, sondern ganz neu jetzt auch für das Model 3. Werden wir euch nachher Aufnahmen zeigen. Das wird euch so wegscheppern. Vom Design ist das so krank geworden. Echt Wahnsinn. Markus, wenn ich jetzt mal kurz auf die Uhr schaue, haben wir leider jetzt schon, es ist zwar noch ultra warm für fast Oktober, aber der Winter kommt jetzt. Ist die Frage, ich könnte es schon anteasern, aber ich lasse es glaube ich noch für die Community, kann man die auch im Winter fahren? Selbstverständlich. Ja? Ja, ich sage mal, wenige Ausnahmen, so polished und so, zwei, drei Farben glaube ich, sind es. Die kann man jetzt nicht unbedingt im Winter fahren, machen zwar trotzdem viele, aber offiziell jetzt mal nicht. Aber natürlich gehen die im Winter. Und da haben wir ja auch Kombinationen extra schon fertig gemacht, auch mit Allwetter. Das heißt, wir können Allwetter, was natürlich nicht immer so die Top-Empfehlung ist, das ist ganz klar, da muss man sich trotzdem immer abwägen, macht das Sinn für mich. Aber wir haben Winterbereifungen und Allwetterbereifungen gerade extra für den Winter. Und da kommen wir nachher nochmal geschwind drauf. Wir haben mit Pirelli zusammen uns was überlegt, dass man hier jetzt gerade zum Start ultraleichtes Rad trifft. Tesla, homologierten, Reifen, Geräusch reduziert und so weiter. Einfach, kann man ja ruhig sagen, von beiden das Beste, was es gibt. Meiner Meinung nach trifft zusammen und da haben wir dann auch noch eine kleine Aktion vorbereitet. Echt? Da kommen wir am Ende zu. Jawohl. Genau, ich würde sagen, Markus, ihr wisst wie edelweiß ist, eine Farbpalette, die erschlägt euch fast. Muss man echt so sagen, wirklich gigantisch. Ihr könnt euch da austoben ohne Ende, passend für eure Fahrzeugfarbe. Und da ist es genauso auch bei der 21 Zoll, dass wir da eine schöne Farbpalette haben. Ich würde sagen, die schauen wir uns doch einfach mal an und zeigen die euch. Klar. Let's go. So, Leute, wir sind jetzt ein Stockwerk tiefer gelangt und ihr seht schon, Wahnsinn. Wie groß ist das bitte? Hier haben wir nochmal schön zwei Hebebühnen stehen und in dem Karton da drüben, da haben wir im Prinzip die LT3 21 Zoll in den verschiedenen Farbkombis. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Leute, ich muss das korrigieren, nicht da drüben steht die edelweiß, sondern ich bin dran vorbeigelaufen. Daniel Mensch, du sagst nichts. Und hier haben wir wirklich die... Bei manchen Menschen ist es einfach... Was willst du da noch sagen? Ja, ja, es ist Hopfen und Malz verloren. Deswegen, wir machen die Kartons jetzt mal auf und schauen mal rein. So, wir haben euch jetzt mal die vier greifbarsten Farben direkt gezeigt. Nur, dass ihr erstmal eine Impression habt. Wir reden hier nämlich von insgesamt 15 Farben. Die können wir euch jetzt natürlich nicht zeigen, dann sind wir morgen noch hier am drehen. Deswegen jetzt hier mal die vier von meinen schmackgeizten Farben. Markus. Jawohl. Hier haben wir sie jetzt. Ich zeige den Leuten gerade mal, welche Farbe ist das denn hier? Frozen Bronze. Frozen Bronze. Bronze, geil. Sehr, sehr schön. Auch das Design. Jetzt seht ihr auch noch mal, wie konkav das bitte alles ist. Auch hier drüben. Ey, das ist jetzt Gunmetal, wa? Gunmetal, genau. Wow. Wie schön sieht es einfach aus. Guckt euch das doch mal an. Und hier drüben, was ist hier? Bronze? Copper Bronze. Copper Bronze. Oh Mann. Markus, ey. Fehlt jetzt halt immer der Deckel, aber das ist jetzt mal egal. Das ist egal. Es geht ja nur. Wir sind gerade vorhin gekommen. Ja, das ist. Genau. Ganz frisch. Das, also was ihr hier seht, das ist mehr als frisch. Das ist noch direkt vom Werk. Genau. Und hier schön Glossi. Gloss Grafit. Gloss Grafit. Ey, das ist sensationell. Wirklich schönes Design. Hier sieht man sogar die Pigmente, so dieses Metalleffekt noch drin. Wow. Ja, die Felgen sind ja jetzt gestern gekommen. Das heißt, wir haben jetzt die schwarzen, wo wir jetzt vormontieren heute. Und die Individualfarben hier, die sind jetzt heute gekommen. Ja. Gerade vorhin hat sie der Erik gebracht. Ja. Und das sind jetzt einige von den Vorbestellungen, die müssen wir jetzt halt montieren. Ja. Und dann gehen die raus und ja, da gibt es dann einige, wo sich freuen, glaube ich. Auf jeden Fall. Es gab ja wirklich unglaublich viele Vorbestellungen. Deswegen, ihr könnt euch da wirklich freuen auf ein sehr, sehr schönes Rad. Und was wirklich, das wusste ich wie gesagt vorher nicht, auch wintertauglich ist, sensationell. Das heißt, man kann die wirklich in jeder Saison fahren, wo ihr es möchtet. Das heißt, ich glaube, Daniel hat mal den Spruch damals gebracht. Ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, welches Auto das von mir war. Und da hat er gesagt, André, es heißt doch nicht, nur weil Winter ist, dass man mit hässlichen Felgen da draußen rumfahren muss. Nein. Deswegen, das hat sich in meine Hörn eingebrannt. Er hat recht. Also es ist wirklich sensationell, muss man so sagen. Und die Verfügbarkeit, wie sieht es da aus, Markus? Ja, jetzt machen wir wie gesagt erstmal die Vorbestellung. Ja. Und dann, wir haben natürlich ein paar Satz Reserve für uns mitbestellt. Heißt, die eine oder andere Farbe kriegt man sofort. Ja. Und der Rest kommt jetzt halt peu a peu. Markus, die Felgen haben echt ultra viel Qualitäten. Also auch mit den Gewichten so. Schauen wir uns nachher nochmal den Detail an. Aber wo sind wir denn preislich? Das ist ja auch immer eine entscheidende Frage. Ich meine, 21 Zoll, weißt du, ist ja kein 20 oder 18, 19. Das ist ja auch nicht nur 21 Zoll, sondern wirklich auch, das ist 21 Zoll. Das ist leicht. Das ist sehr leicht. Das ist wahrscheinlich nicht die leichteste überhaupt. Absolut. Wenn nicht sogar die leichteste. Und wir haben hier 15, 15 finde ich es, glaube ich, zur Auswahl. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Wir können es kombinieren. Und der Komplettradsatz fängt irgendwo so knapp über 4 an. Das heißt, wenn du jetzt, glaube ich, bei Tesla der Winterradsatz, stellst du original, bist du auch, glaube ich, irgendwo so bei 4 Grad. Ja. Das heißt, da kommen wir nachher noch drauf. Da bewegen wir uns in einer Schnäppchen-Aktion jetzt auch mal anfänglich. Ja, perfekt. Also wisst ihr auch Bescheid, was die Watzen hier wirklich auch kosten. Und Komplettrad heißt Felge mit Sensoren und Reifen. So, Leute, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar, dass wir die Edelweiß LT3 mit 21 Zoll euch mal zeigen. Und was da drüben steht, das seht ihr schon. Model 3 mit fetten Felgen. Genau, so ist es richtig. Schön einfach schlucken. Und jetzt machen wir, Nucca, nochmal extra für euch die Felgen auch aufs Model Y. Und dann stellen wir beide mal nebeneinander. Und dann könnt ihr alles sehen. Wow. So, Leute, wir haben jetzt wirklich für euch eine Premiere. Model 3 und Model Y beide mit 21 Zoll Edelweiß auf dem Fahrzeug und drauf. Ey, wir wollen uns das mal anschauen, Leute. Kommt, Markus, wir gucken mal. Und zwar, was wollen wir anfangen? Mit Model 3 oder lieber mit dem Model Y? Gut, gemacht sind sie eigentlich fürs Y, ne? Ja, eigentlich sind sie fürs Y. Wir haben ja einen Y extra mehr für euch raussucht in Serienhöhe, dass ihr das auch einfach mal auf euch wirken lassen könnt. Und die Felge sieht sexy aus, sehr konkav auch. Und ja, man müsste hier meines Erachtens noch ein bisschen tiefer legen. Natürlich. Damit das auch schön, richtig schön rein versinkt, das Rad. Wenn ich jetzt hier mal oben schwenke, seht ihr, wie schön konkav das ist. Das Rad macht wirklich einen sehr tollen Eindruck. Ist sehr leicht. Das merkt man auch schon alleine beim Lenken. Und wenn man sich das jetzt hier nochmal in Querschnitt so ein bisschen reinschaut, dass ihr auch wirklich die maximalen Impressionen habt, seht ihr auch, die sind extra dafür gemacht, dass sie bündig im Radkasten stehen. Das heißt, wir müssen jetzt hier nicht mehr mit Distanzscheiben arbeiten. Die stehen so, wie sie sind und sein müssen. Wie gesagt, Tieferlegung rein, dann sieht das Ganze nochmal deutlich sportlicher aus. Das ist jetzt die Serienhöhe. Und ja, sensationell. Ja, Daniel, was sagst du? Ich sag gerade, das war jetzt mit Absicht aber auch mal in der Serienhöhe. Okay. Weil, ich meine, es gibt ja Leute, die wollen auch solche Felgen fahren. Ja. Und wenn die natürlich ständig immer nur Fotos sehen, wo es optimiert ist, ja. Ja, wo es optimiert ist, ja. Dann sollte man es einfach mal auch, wie so ein Rad in der Serie nachher ausschaut. Genau. Und hier, ich habe es den Leuten ja schon gesagt, das ist wirklich bündig. Das heißt, wir müssen da nicht mehr mit Distanzscheiben arbeiten. Weißt du, ich heb dir mal ein Mikro. Nein, nein, nein. Das ist wirklich sensationell, was Edelweiß da geleistet hat mit der LT3. Ja, 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 gut. Ich sag mal, wir kennen sie schon von der LT5. Ja. Da haben sie sie auch schon so absolut passend hingezaubert. Und in dem Fall, das ist ja gerade genau, dass dieser, ich nenne es jetzt mal ein bisschen Störfaktor, jetzt nicht negativ, dass der einfach wegfällt, beziehungsweise auch dieses Zusatzkosten noch und so weiter und so fort. Genau. So, ich habe einfach ein fertiges Paket, schraube das drauf, es steht bündig da und so kann ich jetzt wieder hergehen. Ja. Und nachher sagen, entweder gefällt es mir oder ich mache nachher wieder irgendwas im Fahrwerk oder, 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 oder. Genau, ich mache noch einen weiten Blick hier. Da seht ihr es auch. Also es ist wirklich passend zum Fahrzeug. Und ja, wir haben es jetzt einfach noch nochmal getestet am Model 3, muss man sagen, war. Ja, kleines Highlight so, weil, äh, gibt es glaube ich so noch nicht. Der Kunde hat gerade ja sein Auto zur Verfügung gestellt, dass wir das kurzfristig machen. Und er sagte, wir könnten es eigentlich nicht drauf lassen. Echt? Es gefällt, es kommt gut an. Ohne Mist, ja. Das ist mal was anderes. Und die Felgen auch edelweise, ey, echt einen Daumen nach oben. Da habt ihr wieder schwer gerockt. Und, äh, wow. Echt sensationell. Und da drüben, ich finde bei Model 3, es ist, oh, was ist denn jetzt hier? Oh, Bienenschwarm, hä? Und bei Model 3, wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, das ist maximale Eskalation. Wir haben hier nämlich auch die AT3 mit 21 Zoll drauf. Ey, es ist krank. Es ist einfach ultra krank, ultra sexy. Wow. Guckt euch das mal an. Wir sind noch in der Endphase, dass wir das auch für Final für das Model 3 reingehen können. Oder freigeben können, wahr? Ja, was heißt Endphase des Themas durch? Haben wir durch schon? Ja, während wir da oben gedreht haben, war der TÜV schon da und hat abgenommen. Wow, Leute. Das Ding ist eingetragen und fertig. Wow. Ja, also das sieht jetzt nicht nur so extrem passend aus oder dass es jetzt nur im Stand funktioniert, sondern... Ja, ich gehe mal auf die andere Seite. Die Eintragung, die durchlief jetzt die ganz normalen Prüfregularien. Geil. Wie alle andere Umbauten auch mit, vor allem mit so Fahrwerksthemen und sowas dazu. Ja. Das heißt also, das wurde diagonal verschränkt. Es wurde in dem Fall sogar ein kleiner Fahrversuch noch mal mitgemacht, weil sie tatsächlich so ein klein bisschen eng an manchen Stellen ist. Grünes Licht. Mann, mega. Ja, das hatten wir aber auch schon so. Sagen wir, wir machen es jetzt nicht zum ersten Mal, solche Umbauten. Wir waren da schon zuversichtlich. Nein. Ich erinnere mich noch Oktober 2019. Oktober 2019, das Model 3 Performance mit dem HF2. Ja, ich erinnere mich noch daran, wie ich mich mit der Eintragung das ein bisschen beschäftigen durfte. Und das war das erste Model 3 überhaupt, das zumindest in Deutschland das 21 Zoll montiert hatte. Ach ja. Ja, damals mit dem V3 Gewindefahrwerk, das war, der stand auch schon so bärig da, wobei das jetzt natürlich noch erheblich passender dasteht. Ja, das sieht brutal aus. Was mir jetzt gerade noch wirklich positiv auffällt, das ist hier, wir sind hier jetzt vom Reifenherd, beziehungsweise mit der Kombi, vom Felgenschutz jetzt sogar nicht so, dass man sagen kann, oh, das ist aber schlimm. Schau mal, hinten haben wir sogar echt einen Zentimeter hier überstand. Oh, auf jeden Fall, guck mal, das ist mein Fingerfang, da habt ihr noch. Und das ist bei Model 3. Ja. Also das ist ja echt gelungen. Was haben wir denn jetzt hier? 2,95, 2,25, 1,20, gell? Schöne Dimension auf jeden Fall, hatte ich damals auch bei Mainz 2,95 ja drauf. Nee, doch, 2,95 hatte ich drauf. Ja, aber auf 2,20. Ach, stimmt, hast recht, ja. Ah, sensationell, aber echt einen Daumen nach oben. Ey, mega, Jungs, echt, muss man so sagen. Edelweiß, dicken Daumen nach oben, wie gesagt. Und wenn ihr Bock drauf habt, schaut auf der Reifenreiberseite vorbei. Daniel, komm doch mal her, machen wir zusammen Abschluss. Ich sitze hier schön auf der Sonnenbank. Die sich gerade durchbiegt. Ja, die sich gerade bei meinen 150 Kilo durchbiegt, muss ich echt so sagen. Das ist einfach, das ist ja schwierig. Das geht immer kaputt. Ja, deswegen. Kollateralschaden. Schaden haben wir immer, wenn ich filme, von daher. Wir sehen uns, Leute, halt die Ohren steif und denkt dran, auch für den Winter geeignet. Wir sehen uns, macht's gut, ciao. Tschüss. Tschüss.